mal oder herzlich willkommen zu einer neuen folge mit dabei ist der melon joshi hallo und was ist da finden für eine volksversammlung wir sind folge welche folge ist das jetzt ich habe kommen den überblick verloren das war folge selbst lieben müsse das sieben jahr genau wir haben jetzt ein bogen mit unendlichkeit stärke 3 und schlag 1 und ein bogen mit reparatur weil er nicht ja muss ich den halt dann immer reparieren ist auch nicht so schlimm ja gut man könnte aber geht aber gibt es aber nicht so eine verzauberung dass der weniger schaden haltbarkeit haltbarkeit kannst du das mal probieren zu trainieren wenn du jetzt nicht aber sowieso was muss man was machst du denn jetzt steinfahren bin bisschen afk grad bei meiner steinfahren ansonsten probiere ich das in der nächsten folge dann die folge wird jetzt wahrscheinlich am donnerstag kommen hoffe ich ich denke aber in absehbarer zeit natürlich schon ich muss aber heute noch mal weg deswegen weiß ich nicht ob es wirklich donnerstag kommt was macht da ist okay genau ich wollte den dings bauen was wolltest du bauen meinen den banner ja ja da wollte ich gerade sagen ja guck mal bei der eisenform nach der eisenform kaktusform da ist gewachsen einer ganz normal ich habe ihn jetzt zu farbstoff gemacht bringt zwar uns jetzt eigentlich nichts deswegen herr guck ich jetzt weil man diesen stein macht dein ja den du hast bei dem haus oder so kannst auch nach nord gehen und kaktusform steinzieger stein okay ja da brenne ich kurz mal steine und dann gehe ich mal in ordnung gucke mal osten nord gut perfekt wieso habe ich habe es dabei ach gar okay ich habe einen toten busch und ich habe kaktien den kaktien kann ich schon mal sechs davon nicht ganz du hast dafür gesorgt dass sonne und alles gut und den anderen kaktien kann ich ja anbauen zack zack was solltest du sagen was wollte ich sagen was ich gemacht habe ich weiß es nicht so okay habe ich weiß ja habe ich weiß doch junge also nicht dein ernst machst du nicht auf meine seite hin das brauche ich jetzt auf diese sobald um was will ich es nicht haben dann gibt es mir ja auch jetzt habe ich brot gemacht bin ich dumm naja egal brot komm mal her doch wo noch hier du wolltest hellgrün haben na ja ja haben wir noch knochen mehr aber wir haben knochen ok alles gut noch haben ja vielleicht wenn wir ein größeres gehebeln mal brauchen oder die alle haben keinen bock raus zu gehen die dürfen sich ja alle also hellgrüne wolle habe ich jetzt damit mache ich jetzt ein banner wenn ich stick hätte den ich natürlich nicht habe ich einfach keine sticks und so mehr haben können wir sie geben ja gib mir mal ein stick gesundheit danke hast du meinen stein genommen ja auch junge lass meinen stein in ruhe das brauche ich selbst ich brauche bloß noch vier dann habe ich ein stack ich brauche bloß noch zwei dann habe ich ein stack ich brauche bloß noch eine dann habe ich das das du bist der mit reparatur ne du hast mich jemand und stein jetzt in ruhe dort ja als habe ich ins deck so was wollte ich jetzt machen ach so jetzt muss ich kurz mal den banner raussuchen zwölf minuten ich kann mein licht anmachen so banner wo ist denn der banner der banner der banner der bannert jetzt brauche ich gelben farbstoff den habe ich zufälligerweise aber ich brauche noch zwei gelbe farbstoff wie mache ich denn jetzt gehen wir doch nicht in den weg ich mache ich den gelben farbstoff gelbe blume gelbe blumen bergbank gelbe farbe ach du hast gefragt warum funktioniert ach so ach so ich muss es ja in den webstuhl ach stimmt ach gott war das jetzt ein dicker oschi oder ja das war ein dicker oschi ach das ist ja jetzt nicht mehr so kompliziert wie damals dass man man braucht ja jetzt nicht mehr so viel das ist viel einfacher jetzt brauche ich orangenen farbstoff hatte doch gerade noch poppys in der hand ja das sind also eine mischung aus unseren ähm und so mit beiden farben ach das ist dann so krass okay auf dort wo auf der dort wo ich das gemacht habe auf der webseite da sah das noch nicht so das sieht das nicht so krass aus so krass deutlich so geht es natürlich glaube ich auch aber gut okay gibt es so einen übergang nee es gibt nur den übergang dann würde ich sagen mache ich das jetzt so so und das wäre dann unser banner komm mal her wie findest du denn das ja genau ja das ist so okay okay also beim banner haben die auch ich würde noch so schwarz umranden irgendwie oder so schwarz umranden na gut lassen wir das erstmal so dann ist das unser neuer banner den stelle ich hier hin das ist unser team also dieses grün das ist so deine farbe wegen melone und orange ist so meine farbe weil fuchs hat halt was gut dann werde ich mich jetzt an an haus bauen ran machen und ich lerne mal mein inventar denn das regt mich auf und ich habe schon wieder ich brauche ähm ja auch noch eine neue kiste am ende des projekts sehen wir mal wie viele kisten wir insgesamt ach so geht also wie viele kisten wir insgesamt verbraucht haben ähm so 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 ist es okay kannst du es auch da drauf machen oder? so ist doch viel besser so und jetzt ja oder so gut okay perfekt perfekt unser reich unser reich also du hast okay dann werde ich mal mich ran machen und unser du hast so in so okay mein ausbauen wir haben halt andere holzsorten ne ich benutze halt das fichten äh eichenholz und du benutzt das fichtenholz wo wollen wir das neta portal hin bauen ähm ich würde sagen ein bisschen abseits keine ahnung sucht dann eine passende stelle aus oh wie findet ihr unser unsere flagge von 1 bis 10 schreibt es mal in die kommentare so gut das heißt wir gehen in diese in dieser folge in den meter ja ja okay ich zumindest okay wir haben schon zweieinhalb stacks eisen das ist gut die eisen farm funktioniert wenn ich sage ich jetzt nur noch mehr geladen wäre hätten wir viel mehr okay jetzt wo wollen wir das aufbauen willst du das in dein haus bauen nein ich habe mir überlegt wir werden das so in der nähe von pilger dort form erbauen wollte ich das okay aber wie wirst du denn da hinkommen nein nein nicht im in der nähe von dem achso keine ahnung warte mal ich würde sagen wir machen es hier so auf den hügel wo bist du ich bin jetzt bei einem haus soll ich das jetzt irgendwo aufbauen oder wirst du dabei sein ich will mit dabei sein komm zur kirche okay hey die machen wieder kinder die dorfwohner sind ja wieder richtig produktiv hier ja ah nice warte mal ich hole mir gleich meine es ist eine vierer runde ah da ist ein kleines baby ja gut ähm ich will die kirche noch anders aufbauen irgendwie die kirche gefällt mir nicht doch hier schon also diesen moos stein weg na ich meine so von innen ich will hier so bänke so eine richtig so eine richtige krasse kirche ich will so eine richtige kirche nicht so eine minecraft kirche sondern so eine richtige kirche mhm bisschen länger auch ja auch bisschen länger die ist wirklich richtig wenn man die so übertrachtet das ist richtig klein wir sind richtig warum ist hier alles gar ich will so eine richtige richtige richtig krasse gute kirche wäre ich auch dafür aber die ist einfach zu klein also wirst du mehr in die länge gehen also mo chang wisst ihr was du schon mal zu tun habt das ist einfach so hier ist eine schlucht ist ein paar nass egal hier so ungefähr würde ich sagen ok dann oder ja dann bau es mal auf ich bin so eine kamera ich brauche blöcke ich brauche blöcke ich brauche blöcke ich brauche es mir dünnen machen komm damit es schön aussieht warte hast du feuerzeug hast du kein feuerzeug ach komm ach lol weißt du das ey lol oder ne oder ne doch nicht ach gut geh weg nur ein feuerzeug ach komm hat der kein feuerzeug ey ich hab wirklich grad alles dabei ich hab drei picken damit ich mehr dabei fahren kann alles ich hab alles dabei außer ein feuerzeug ach nee das ist doch jetzt nicht sein ernst alter ich will dass wir das verschönern verschönerst meinetwegen oh god haben wir überhaupt feuerzeug äh nee weiß ich nicht du hast hier fies was ist wenn ich jetzt für den pillager so aufgeh sonst hingehen aber die greifen nicht an also würde ich dann nicht hingehen ok so haufeuerzeug so haufeuerzeug und was mein inventar leeren ja komm ich heute wieder nicht zu meinem haus bauen alter du wirst nie zu deinem hausbau kommen ich werde nie zu meinem hausbau kommen ich werde noch folge 50 hier sitzen und immer noch kein haus haben meine fresse vielleicht wohne ich auch einfach in der kirche guck mal her ja mein gott hier ist ein babykuppen hier ooo 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 so und dann will ich epische kameraperspektive machen ja jetzt kannst du es schön 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 oh mein gott wirklich spannend jetzt geh mal außen ja oder oder warte warte geh noch nicht raun rein nein noch nicht ich will ein sammeln machen perfekt 3 2 1 go ich habe blöcke bereit perfekt ist nicht sneken sneken oha das ist ja so eingebaut oha perfekt quats ähm dings was auffassen wir sind jetzt im blauen biome jaja quats ähm was nein oha fast runtergefallen ich lebe noch ich habe eine goldhose zur not zu hause ich auch aber hier finden wir keine pegelins warte mal wir gehen mal auf die andere seite vielleicht auch mal ein screenshot von den koordinaten von unserem portal machen ja mese video du musst mal kurz weg ich muss kurz einen screenshot machen von unserem portal sonst verlaufe ich mich noch mal irgendwann es gibt bloß den einen ausgang es gibt nur einen ja ok dann müssen wir den ah ja oben ist gold oh hier unten auch spawne ich hier irgendwie endermans oder so ja mhm wir sind endermans mhm ich muss auf höhe jetzt ich möchte netherwhite farm und die haben noch eisen rüste ja gut haben wir auch noch aber wir haben ja schon verzauberte dia rüstung eigentlich aber wir haben zumindest schon mal die jahre rüstung das die haben ja bloß ok boah ich bräuchte reparatur eigentlich jetzt ich geh aber ich geh aber jetzt nicht weiter in den nähteich äh ja ja auch weil ich will mein haus endlich mal bauen mach das wo ist der eingangs ach so hier aber ich wollte bloß mal so für die kamera cam so genau jetzt geh ich nach hause ich wollte ja eigentlich auch nur um quarts zu farmen deswegen ach so ok wegen ep was ist wenn ich jetzt schlafen gehe du kannst jetzt schlafen gehen ok dann gehe ich jetzt schlafen hier ist verzauber äh hier ist ein kompletten goldener zombie ok nachts wird durchgeschlafen perfekt aua aua oh ja ja genau oh eisengolem oh er hat eine potato gedroppt sag mal wo ist der typ mit rückstoß ich will gerne auf meinem bogen rückstoß drauf machen ja wir haben keinen rückstoß mehr und wenn ich nein schade den haben wir weg gemacht ach so ok ich habe mein haus ist schon mal so den boden und so fertig ich wahrscheinlich muss ich jetzt glas farmen wo bist du ich bin in der wüste wieso wieso bist du in der wüste äh sandfarmen ok mit efficient c2 aber ich habe es mir irgendwie krasser vorgestellt dass es eigentlich ist was hast du denn los auf einer eisenschaufel ok müsstest du auf eine dia machen ich glaube dann wäre es krass ich habe insgesamt vier steaks sand so viele öfen haben wir gar nicht ok ich habe nur drei es fällt genau ein ofen ja kohle haben wir aber wir haben nicht genügend Öfen naja egal egal los geht's ähm so genau so leute ich würde sagen das wäre das für die vorgabe gewesen die ist das schon sehr 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 lang also jedenfalls ich habe nämlich ein paar pfeile im gesicht ach so bei mir nicht doch bei mir schon ok warum hast du eigentlich keine rüstung mehr ähm lange geschichte hör alle das klinge an wo wir mit meinen teams angefangen haben nein irgendein vollfassender hat meine rüstung kaputt gemacht keine Ahnung mehr das war äh ne nächsten folge die dann wahrscheinlich von euch aus am samstag oder sonntag kommen wird frag mich nicht wann du schlagen wirst am donnerstag wenn ich schaffe ansonsten kommt die am samstag ähm auf alle fälle in der nächsten folge werden wir dann die oder werde ich aber die kirche äh schöner bauen du oh gott ja ich werde mein haus fertig bauen was man jetzt nicht sehen kann ähm ja leider meins kann man aber sehen ne auch nicht doch also du hast nebel an ich nicht deswegen sehe ich bisschen mehr ja die folge ist lang genug jedenfalls bei mir ohne 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 den schnitt da ist es nämlich schon fast 2 stunden bei euch wird es dann wahrscheinlich bloß wieder 50 minuten oder so sein wieder ja wieder ähm ja wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like da abonniert die Glocke hehehehe abonniert die Glocke genau abonniert die Glocke und aktiviert den Abo-Button äh aktiviert lasst ein Abo da aktiviert die Glocke um keine Videos mehr zu verpassen schreibt dann halt den Kommentar haut rein Leute und ciao tschau tschau